Das ist sicher nicht, auch nicht für eine junge Athletin wie Miriam Bessler, 21 Jahre alt, das ist gar nicht Patentürchen. Der Stand ist doch frustrierend. Viathlon ist bei ihr eine extreme Kopfsache auch. Zu viel, manchmal gehängt er durch. Das wird auch ihre Sichtblende aus dem Spielband genommen und wird beim Einlauf in die Strafrunde weggeworfen. Und hier wieder die Zielkurve, sie wird immer schneller, sie wird immer schneller. Da könnte es sein, dass der eine oder andere Athletin noch Schwierigkeiten bekommt. Das waren bei Herrn Mali. Eben jene Athletinnen, die jetzt noch unterwegs sind. Bei einem Schiedsfehler, einer Dombatscheva, sehen wir hier. Ich habe mich aufgemacht, raus aus dieser Brünastausch. Das ist in der Ecke für die Liegerinnen. Und mit den Wandschneiden. Moppy, nehmen wir mal den Becher. Dankeschön. Sollen wir den nochmal voll machen? So, dann könnte ich dran schicken. Ne. So, Techer. Jetzt muss ich mal kurz mehr ein bisschen in. Ja, selbstredet. Tritt doch alles. Aber mit der Neuzeit, die sie hier anbietet. Meiden und euer Dreher. Okay, bitte. Ja, in die Pfälze muss man ja sagen, zu schützen. Ja, das haben wir quasi wenige Namen, aber wir haben auch schon für das System.